Ja und damit herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Wir sind stehen geblieben. Also ich war Pipi. Wir sind stehen geblieben nämlich hier. Keiner hat es mitgekriegt, dass ich kurz hin und her gesprungen bin. Es gibt hier auch überhaupt gar keine Beweise mehr. Denn wir suchen gerade Clay. Oh, gerade wer dieses Scheißbett wieder vergessen hat. Das ist doch unglaublich. Aber okay. Wir suchen Clay. Okay. Und hier brennt es. Auch schön. Aua, was ist denn? Was stimmt mit dir nicht? Also irgendwie voll schade, dass es hier brennt. Wann ruckelt es denn jetzt so? Achso, weil es brennt, ne? Kann ich da irgendwas dagegen tun? Nicht wirklich, ne? Aua. Also die... Bleib halt stehen. Hast du die vielleicht vor, schon zu fällen? Der brennt, ja, ne? Und der brennt. Oh, wow. Das hat ja gut funktioniert. Ja, geil, jetzt brennt er da drüben. Irgendwie... Mach ich es gerade nicht besser, ne? Aber der brennt jetzt nicht mehr, ne? Eher weniger. Aber der brennt jetzt nicht mehr, ne? Und der kann quasi nicht mehr überspringen zu einem anderen. Die zwei brennen halt noch fertig und der da hinten, glaube ich, kann auch keinen mehr machen. Den sollte ich vielleicht auch wegmachen. Ich glaube, der fängt auch ein paar mal an zu brennen. Genau. So. Jetzt nicht unbedingt da reinlaufen. Da genau, da ist Quicksilver drin. Keine Ahnung, was da wubbelt. So, aber eigentlich wollte ich dahinter in das Wasser... Bin ich hier nicht schon mal gestorben? Ich habe so das Gefühl, dass ich hier schon mal gestorben bin. Zumindest kommt es mir hier bekannt vor, aber ich war hier eigentlich noch nie. Weil ja auch die Karte noch nicht aufgedeckt war. Ich kann jetzt nicht mehr machen. moment ich muss gerade wieder also ich bin wenn ich ich kann mich zurzeit nur auf eine sache konzentrieren das ist faszinierend so jetzt bin ich wieder da voll und ganz für euch es tut mir so leid dass jetzt gerade die letzten also das ist alles ein tag hier die ganzen letzten folgen auch wenn ich mich fünfmal schon verabschiedet habe es alles noch eine aufnahmesession für mich ist alles der selbe tag wir sind immer noch beim 27 8 so wir sammeln also das ist tatsächlich eine einzelfolge die aufnehmen die aufnehmen die ich aufnehme weil ich jetzt dann anfangen zu streamen tatsächlich falls es irgendjemand noch nicht wusste danke ich wollte in die richtung ich streame auch ich bin fast tot regelmäßig auf twitch selber name wie hier beschreibung ach link ist auch in der video beschreibung da spielen wir auch jeden sonntag minecraft ich habe den satz vergessen guten tag bist du alles noch clay geiler scheint da handbagger komm her du regelst hier jetzt so viel clay sehr gut ich bin gerade so in der minecraft sucht drin das ist schlimm aber 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 ich will gar nicht aufhören so moment wir haben kann wieder special sachen die hier leben muss Ich hoffe, mich greift jetzt nichts an. Oh, holla. Aua, 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 stirb! Kleiner, mieser Zombie. Oh, no. Wir haben genug. Habe ich gerade beschlossen. Wir haben genug. So, warte. So. So. Ich muss gerade Fotos machen. Super secret. Von einer Internetseite. Warte. Mal lieber so. Und. So. so perfekt das heißt quatsch wir quatsch den clay müssen wir ja anbraten das war jetzt unnötig dass wir zurückgegangen sind entschuldigung ein leichter ihr wohl sagt geht nicht geht nicht wenn es nicht geht mal wieder ins haus hoch schau es ist schon alles grün perfekt gar kein thema mehr oder wird das noch drin wenn wir hier 32 32 das waren blast briggs ach so wir kriegen aber drei raus das heißt wir brauchen bloße 9 9 mal 4 sind 36 36 davon 36 nr briggs kann man auch schon mal holen und 36 nr briggs nr briggs wie krieg ich die denn so klein ich mache mal ein ganzes deck weil ich und meine rechenkünste da will ich mich jetzt gerade nicht so krass drauf verlassen dass sie so gut sind aktuell das dauert jetzt nur das ist ich habe jetzt glaube ich logischer wenn ich hier alles reinpacke was wollte ich genau sind die nr briggs wollte ich da reinhauen das macht jetzt im jahr sind war jetzt mal zwei unterschiedliche sachen da zwei nr briggs sehr gut vielleicht lieber die blast fernens den blast fernens heute noch hin das wäre cool weil dann haben wir nicht die zwei die zwei fernens ist fertig die wir brauchen so zum herstellen von ein paar ressourcen aber es dauert halt ewig hier gerade habe ich irgendwas anderes noch zu tun ich weiß es nicht hier die kiste der machen geht nicht scheiße so okay das kann da rein der klein mittlerweile auch ich war mal auch kann oder ja 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 die flower kommt doch nicht rein weil die kommt eigentlich da unten hin aber ach das ist ein silberboden zeppling schulige wusste ich nicht mir juckt die nase kann ich das dann noch rein und dann die kiste weg sehr schön da drin haben wir noch eine kiste die weg muss doch quatsch ist das das alles da rein ich packe mal alles da rein hauptsache es ist weg von hier jawohl ist auch noch wunderbar weg damit sehr schön das heißt wir haben hier wieder ja keine unnötigen kisten herumstehen möchte ich mal anmerken krass oder diese fleischspritze sollte ich vielleicht mal wieder nehmen vor allem ist die hat auch noch teilweise voll und da hinten auffüllen weil da müssen wir jetzt auch einiges wieder drin haben dass wir benutzen können ja ja ist voll guck mal jetzt wird es rausgesaugt und zack nein 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 ach scheiße jetzt habe ich wieder zwei tanken weil der da drüben auch voll ist ne das wird doof egal wir brauchen den pinken schleim eigentlich gar nicht mehr wir haben ihn hier eigentlich nur noch aus jux und dollerei ist aber nicht schlimm haben wir halt zwei tanks voll damit macht ja nichts ich wollte wieder reingucken und schauen ob da sachen fertig sind es sah gerade so ein bisschen aus würde da ein huhn auf meiner hecke sitzen aber ich habe mich getäuscht 26 ist in 46 ich würde brauchten wir 36 10 noch ich kann mal das jetzt wieder rauspacken einfach nur der meiner ungeduld da jetzt 2 machen geht es ich kann ja dann da jetzt wieder rauspacken einfach nur das ist doppelt so schnell 34 35 35 36 36 so das heißt wir können 27 von diesem blasebrix machen hoffentlich ich hoffe dass ich noch irgendwas fehlt Ich habe Schluck auf. Aber die haben wir unten. Das weiß ich. Eins, zwei, drei. Ja, eins, zwei, drei. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Die haben wir hier, das ist gut. So, jetzt einmal das rein, das rein, das rein, das rein, das rein, das rein, das rein. Blastvernance, 27, perfekt, möchte ich mal anmerken. Den Ingenieurshammer habe ich noch hier. So, eins, zwei, drei, 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 eins, zwei, drei. Und da haben wir ihn. So. Die Cold Coke, also daraus kann ich jetzt deal machen. Das heißt, da ist jetzt Energieherstellung mit Windmühle, Wasserrad und den Stromsachen. Das brauchen wir ja alles gar nicht. Mit Transformatoren und so Zeug. Das brauchen wir ja noch gar nicht. Genau, den Thermogenerator, den haben wir ja schon mal. Lightning Rod Generator. Ich weiß nicht, ob wir hier einen Blitzerbleiter aufstellen. Ich hätte jetzt eher als nächstes mit dem Dieselgenerator angefangen. Was wir dann aber in der nächsten Folge machen, weil es ist tatsächlich genau Punkt rausgegangen. Ich bin ein bisschen stolz auf mich. Und genau, wir sehen uns dann einfach nächste Woche wieder, wenn wir, diese Woche, quatsch, übermorgen, sehen wir uns einfach wieder. Wenn wir hier anfangen, weiterzubauen in unserem Keller und Immersive Engineering vorantreiben und uns hier mit Maschinen reinstellen. Freue ich mich drauf. Wird schön. Jetzt aber erstmal vielen, vielen Dank, bis zu gucken und bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen.